spaß beiseite hey leute mir geht es nicht ganz so gut die woche deswegen werden wir das hier mal ein bisschen kürzer fassen ich hoffe ihr nehmt mir das nicht so übel es gibt auf jeden fall neue informationen ich habe das mal auf deutsch übersetzen lassen von dem web browser also nicht wundern wenn das kein gutes deutsches ich weiß nicht ob das auf deutsch verfügbar ist aber zurück zum thema gut als erstes stellen sie vor beim apg maker ms jetzt das neue layer system habe ich euch xp gezeigt beim league video dementsprechend jetzt nichts berauschendes ach ja und der link ist natürlich dann in der video beschreibung dann könnt ihr euch das ganze noch mal selber angucken soweit sollte das klar sein gut beim layer system ja nichts berauschendes habe ich euch in den leaks bereits erklärt sollte jetzt nicht das problem sein denke ich mal da muss ich glaube ich jetzt nicht noch mal näher darauf eingehen wie gesagt wir wollen es auch möglichst kurz durchziehen jetzt hier das namenfeld bei der textfeld ist tatsächlich ein namensfeld wie ich bereits auch im league video gesagt hatte und wie mir in den kommentaren mitgeteilt wurde dass es wahrscheinlich eins ist wunderschön wurde auch bestätigt dass es nun mal so ist und sie haben auch andere sachen noch bei den events auf jeden fall noch bearbeitet könnt ihr euch ja mal kurz durchlesen das wichtigste ist auf jeden fall finde ich jetzt persönlich das mit dem move picture finde ich ziemlich cool obwohl hier das auch ziemlich cool ist kontrollkästchen warten auf schluss beim befehl scroll map ist auch nicht schlecht aber das hier fand ich sehr interessant man kann nun die geschwindigkeit die sich die bilder bewegen regulieren zum beispiel ein langsamer start ein langsames ende und langsam start und endeinstellungen was auch immer also wahrscheinlich langsames ende und langsamer start etc pp und dann kann man halt die geschwindigkeit regulieren zum beispiel wenn jetzt wenn jetzt zum beispiel ein picture habt von keine ahnung seitwärts ansicht von so einem auto oder so beispielsweise und ihr wollt jetzt dass das auto los fährt also dass das so symbolisch dargestellt wird durch so ein picture durch so ein bild und dann braucht ihr natürlich einen langsamen start weil ein auto fährt ja nicht sofort mit voller geschwindigkeit los und dann wäre es halt schon praktisch wenn das auto immer schneller und schneller und schneller wird ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig darzustellen jetzt ein fahrendes auto weil man dann die räder noch animieren müsste etc aber ich mir ist jetzt spontan kein anderes beispiel eingefallen oder keine ahnung weiß ich auch nicht ja mir fällt spontan echt tatsächlich kein gutes beispiel ein aber ihr wisst was gemeint ist aber was richtig cool ist ist die vorschau move route ihr bekommt jetzt so eine preview angezeigt wo wodurch ihr dann hier sehen könnt wo die events hinlaufen dann müsst ihr nicht immer einzeln diese teils zählen sondern könnt es direkt auf der map dann sehen wo die move route dann lang geht die ihr eingestellt habt und das ist wirklich enorm praktisch weil ihr dann tatsächlich direkt damit arbeiten könnt ich weiß nicht ob man das dann auch auf der map irgendwie lang klicken kann oder so oder ob man dann trotzdem in dieses normale fenster dafür gehen muss das kann ich jetzt nur nicht sagen aber ihr könnt ihr das hier jetzt in bewegung und hier seht ihr das noch mal in ein paar screenshots hier bewegt er sich schräg ich weiß nicht ob das irgendwie darauf anspielen soll dass die sich dann auch die diagonal bewegen können die spielfiguren jetzt neu keine ahnung also dass man jetzt acht wege movement hat und nicht mehr nur vier wege movement kann ich jetzt nicht kann ich jetzt nicht 100% bestätigen auf jeden fall ging es glaube ich durch move routen sowieso dass man glaube ich schräg gehen konnte also außerhalb der des normalen inputs ging es glaube ich sowieso aber da bin ich mir jetzt nicht sicher ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem fenster aber ich hatte das glaube ich mal im gedächtnis dass das irgendwie theoretisch möglich war durch move routen schräg zu laufen egal hier ist auf jeden fall so eine schräge move route was das jetzt genau zu bedeuten hat kann ich jetzt nicht sagen okay dann haben sie noch ein paar materialien gezeigt das finde ich auch sehr interessant erstens braucht muss man nicht mehr ogg und m4a dateien in spielverzeichnis packen also ins projekt verzeichnis entschuldigung nicht spielverzeichnis projekt verzeichnungs sondern nur noch die ogg dateien weil das ganze system jetzt umgestellt wurde sodass alle outputs die man also quasi alle projekte die man bereitstellt also alle fertigen spiele dann ogg dateien unterstützen und nicht mehr die m4a dateien gebraucht werden das ist extrem praktisch und ist wirklich wirklich eine erleichterung für den ein oder anderen sicherlich also sind wirklich definitiv sehr gute verbesserungen im mz wie gesagt das mit dem move route finde ich sehr sehr gut das mit den layern finde ich mega geil also das mit den layern ist für mich immer noch das absolute highlight das mit dem move route habe ich mir tatsächlich ohne witz schon immer seit dem xp ach quatsch seit dem 2000 noch habe ich mir das schon gewünscht und jetzt kommt es endlich tatsächlich also das finde ich wirklich gut weil das war immer echt anstrengend da muss man immer zählen 1 2 3 ok gut und dann links abbiegen und dann 1 2 3 etc ihr kennt das sicherlich und das ist echt anstrengend gewesen und so kann man das einfach viel 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 bequemer einstellen und da bin ich wirklich sehr begeistert also das muss ich wirklich sagen finde ich richtig top das gefällt mir sehr so zurück zu den sounds Entschuldigung ja das finde ich halt wie gesagt auch nicht schlecht dass man halt nicht mehr beides braucht sondern wirklich nur noch die oggs wunderbar grafiken sind wirklich die haben versprochen dass es die größte sammlung von standard materialien wird und ungelogen das ist es auch also ich dachte das ist nur so eine kampf ansage so ein pr spruch irgend so ein pr bla bla aber es ist ja wirklich abartig viel 120 animation und 51 gefechtshintergrund 1 und 50 gefechtshintergrund 2 wer den mv kennt weiß dass das geteilt ist muss ich nicht näher darauf eingehen und so weiter und so fort ihr könnt ihr die zahlen selber sehen was auch richtig toll ist erstens gibt es die helden sowohl in männlich als auch in weiblich sowohl also nicht nur den hauptcharakter sondern auch die neben also neben hauptcharakter scheinbar gibt es sowohl in männlich als auch in weiblich vielleicht sogar alle charakter das finde ich richtig gut das ist wirklich sehr sehr lobenswert muss ich jetzt ganz ehrlich sagen das finde ich sehr gut dadurch kann man selbst entscheiden möchte man die jetzt männlich haben oder weiblich oder dem spieler vielleicht sogar die wahl geben männlich oder weiblich und das finde ich richtig gut das gefällt mir wirklich sehr hat alle grafiken man bekommt alle grafiken dafür finde ich sehr schön gut ähm aber was auch noch sehr wichtig ist man bekommt so eine bast grafiken also so eine büsten grafiken also hier ähm ihr wisst schon und ihr bekommt voll bodys also 120 stück wenn jeweils männlich und weiblich sind 60 verschiedene charakter ähm werden aber denke ich mal nicht alle männlich und weiblich existieren dementsprechend sind es wahrscheinlich mehr als 60 charakter ähm aber mindestens 60 oder es sind vielleicht auch mit verschiedenen klamotten das könnte auch sein weil es war im trailer schon zu sehen die hauptfigur mit anderer kleidung ähm da kann ich mich jetzt aber kann ich jetzt auch nichts wirklich groß zu sagen aber ist auf jeden fall sehr 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 schön finde ich sehr gut und die sehen auch sehr schön aus ähm die grafiken aber es sind ungefähr wie gesagt 60 charakter dann das ist schon extrem cool ähm hier steht es charakter sv kämpfer 40 sind es wahrscheinlich 40 charakter denke ich mal und dann ähm mit verschiedenen outfits wahrscheinlich wirklich okay gut dann 105 feindliche kämpfer richtig geil also da muss ich wirklich sagen wunderbar 105 das ist echt eine schöne zahl und die sehen auch wirklich top aus also die gefallen mir echt sehr also da muss man wirklich sagen hut ab die grafiken sind richtig richtig schön also da haben sie sich beim mz wirklich selbst übertroffen finde ich persönlich jetzt also die sind wirklich top die sind schön die grafiken ähm und auch hier die ähm full bodies finde ich sehr 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 ansprechend ähm gefallen mir wirklich extrem hier sieht man auch ein paar maps es gibt ähm tileset blätter 31 also mit blättern sind hier die A B C und so weiter gemeint ähm und die bilden ja dann zusammen das tileset und ähm es sind 31 blätter und das ist auch schon ziemlich viel ich weiß nicht wie viele tilesets der apg maker xp hatte aber der hatte ja auch brutal viele tilesets ähm und da könnte sein dass der xp vielleicht trotzdem noch mehr hat aber es ist trotzdem ausreichend hier sieht man noch ein paar screenshots ähm einen neuen tab öffnen ist vielleicht ein bisschen größer ja wunderbar ähm dann könnt ihr euch das nochmal ein bisschen größer angucken jetzt ähm sieht eigentlich ganz gut aus kann man nichts bemängeln finde ich jetzt persönlich ähm ja gut bemängeln kann man immer was aber ihr versteht was ich meine es ist okay es ist solide so ja dann 48 background sounds ähm 29 äh quatsch 48 background music ist ziemlich viel ich weiß nicht wie viel der mv standardmäßig hat ähm aber ich denke mal es dürfte mehr sein als beim mv und wie gesagt es sind die standard sounds DLCs etc wird es ja immer noch geben denke ich mal und man wird sich immer noch was dazu kaufen können außerdem könnt ihr ähm alle musik von allen rpg-makern die ihr besitzt und die sind übrigens gerade im sale nur so rein informell also auf steam könnt ihr euch ruhig ein paar kaufen wenn ihr die musik davon haben wollt die sind relativ günstig momentan der mv zum beispiel nur 14 euro noch was also da kann man eigentlich nichts verkehrt machen ähm und dann könnt ihr da die musik dann auch verwenden für den mz wenn ihr euch die mz musik vielleicht am ende gar nicht so gefällt ähm und 29 background sounds 27 music effects 3 14 sound effects also ich weiß nicht wie viel der mv standardmäßig hatte wir können das ja vielleicht mal überprüfen irgendwie kann man das ja denke ich mal ähm ich mach das mal kurz das ist jetzt kein gutes spiel dafür um das zu überprüfen wartet mal kurz ich hab da sicherlich ein besseres games gehen wir einfach ins menu tutorial da müsste ich ja alle haben so mach mal den abg mega wieder zu brauchen wir nicht so background music bgm wie viel haben wir da ähm 36 dateien und beim mz sind es 48 also dann müsst ihr noch bedenken hier sind sie glaube ich alle doppelt ähm genau als m4a und als ogg hier sind sie doppelt das heißt wir haben eigentlich nur die hälfte von 36 ähm und das sind 18 ähm und hier haben wir 48 und das sind dann 30 mehr also das ist schon ordentlich viel mehr ähm an background music und das ist wirklich deutlich mehr background sounds haben wir hier 20 und wie gesagt als ogg und m4a sind also am ende nur 10 und hier sind es 30 also fast 30 29 ok leute nagelt mich jetzt nicht darauf fest auf das was ich hier sage ähm ich runde auch manchmal ein bisschen ähm auch music effects deutlich mehr sind hier ähm 36 ähm wie bei background music also wieder 18 und hier sind es 27 ähm also man sieht schon der hat wirklich eine ordentliche sammlung sound effects 345 also da kommt er hier wahrscheinlich nicht ran nein also kommt er nicht also 436 durch 2 wieder weil die oggs und m4a sind 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 wir bei ähm 218 dann am ende und hier sind wir nur bei äh hier sind wir dann bei satten 345 also ihr seht ihr bekommt einiges und das ist definitiv das geld wert selbst wenn ihr den mz vielleicht nicht benutzen wollt unbedingt sondern beim mv bleiben wollt für euer projekt weil ihr vielleicht schon ein mv projekt angefangen habt ist vielleicht trotzdem die music und die sound effects etc und vielleicht ein paar grafiken vielleicht doch ganz interessant und und spätestens dann im winter sale oder so wird der mv vielleicht ach entschuldigung der mz meine ich natürlich vielleicht auch nur noch 40 euro kosten oder so und nur noch in anführungszeichen ich weiß es auch geld geld ist geld ist es nun mal so ähm und dann kann man sich das vielleicht tatsächlich für die ähm music und die ganzen grafiken kann man sich das vielleicht tatsächlich mal überlegen ähm ob das eine anschaffung wert ist natürlich die zusätzlichen funktionen sind sowieso geil ach eins habe ich noch vergessen ach das ist noch ganz wichtig das darf ich nicht vergessen jenfly ich hoffe ich spreche das richtig aus ich habe es gerade nicht im kopf wenn ich es lesen würde würde ich es wahrscheinlich besser aussprechen können ähm jenfly ähm der die ganzen äh plugins für den mv gemacht hat also die ganzen in anführungszeichen so viele also sehr viele plugins gemacht hat für den mv wird diese plugins für den mz porten hat er auf twitter geschrieben mehr oder weniger also auf youtube gibt es einen trailer zu habe ich gesehen und da wird es angekündigt dass das gemacht wird und das ist schon mal ziemlich cool also die plugins kommen auf jeden fall zurück von jenfly und die wird es dann auch für den mz geben so weit wie möglich denke ich mal aber ich denke mal alle werden möglich sein ähm freut euch darauf auf jeden fall schon ich weiß nicht ob da irgendwie geld geflossen ist ähm zwischen jenfly und kado kava ähm möglich wäre es denke ich mal weil ursprünglich hieß es ja dass die plugins nicht geportet werden sollen von jenfly und jetzt heißt es plötzlich die sollen doch geportet werden ähm könnte sein dass da geld geflossen ist irgendwie aber spielt ja keine rolle für uns am ende spielt es gar keine rolle auf jeden fall ähm kommen die plugins auch zurück was bedeutet für plugin user vor allem ähm dass ihr quasi dann dieselben plugins benutzen könnt sie müssen halt nur erst geportet werden das kann vielleicht ein bisschen dauern paar wochen monate äh jahre man weiß es nicht ich weiß gar nicht wie viel jenfly gemacht hat ich kenne mich da wirklich nicht so aus mit dem plugins aber ähm gut lange rede kurzer sinn ich wollte gar nicht so viel reden und ja wie gesagt ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang reden aber ich breche das dann hier ab an der stelle ähm morgen werde ich euch dann vielleicht mal kurz ein video hochladen ähm über private stuff warum es mir jetzt nicht so gut geht etc irgendwie habt ihr das vielleicht mitbekommen dass ich dann samstag auch mein stream frühzeitig beendet habe und ähm sonntag war ich auch nicht so ganz auf der höhe ähm naja egal ähm vielleicht mache ich morgen dazu mal ein video ähm oder ein andermal mal gucken wie ich möchte wie es mir geht ähm aber das ist jetzt private stuff und der gehört hier nicht her und dementsprechend tschüssi und danke fürs zuschauen und falls ihr mich noch nicht abonniert habt abonniert mich bitte ähm ja und wenn er im set draußen ist endlich dann werde ich mir natürlich kaufen und dann auch tutorials dafür machen ähm ich hoffe ihr freut euch schon darauf und ich werde euch dann natürlich nochmal alle unterschiede zwischen mz und mv in ein video packen wenn ich dann den mz installiert habe kann ich es dann direkt ähm alles vergleichen und dann sprechen wir nochmal alles durch das wird dann ein bisschen länger das video denke ich mal also mit einer stunde könnt ihr das schon rechnen ähm bis ich da alles durchgequatscht habe aber es wird sich auf jeden fall lohnen denke ich mal für ähm quasi eure kaufentscheidung dann am ende und ich denke mal das wird das wichtigste sein für uns alle ähm also sowohl für mich als auch für euch dass ihr wisst was ihr da kauft und nicht irgendwelchen maker am ende kauft den ihr vielleicht gar nicht wollt und dann gucken wir uns das ganze mal an hören vielleicht in die sound effects rein und in die musik und alles und gucken uns das ganze mal an gucken uns die ganzen tilesets an wir gucken uns alles wirklich komplett durch beim mz und vergleichen das mit dem mv ähm ähm und ähm da auch eine große preisliche differenz existiert der mv kostet ja momentan wirklich nur 14 euro und noch was ein paar zerquetschte keine ahnung rechnen wir mal mit 15 euro und der mz wird ja sicherlich 75 euro kosten wenn er rauskommt also 60 euro mehr und das ist schon eine stange geld wie ihr sicherlich wisst gut ähm sorry ähm ja dass es mir irgendwie nicht so gut geht ähm das ist halt mal so auch ich bin nicht perfekt aber ich wollte das video jetzt trotzdem machen unbedingt weil ich hatte es versprochen und angekündigt und ähm da musste ich das dann machen na gut tschüss tschüssi tschüssi tschüssi